Was macht das Oscorp-Logo hier? Ich sage besser Whitney Bescheid. Das hattest du gesucht, oder? Ja, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Augen offen halten. Da sind sicher noch mehr. Bin dabei. Spider-Man, Ende. Erstaunlich, wenn ich das so sagen darf. Ja, speichern mal. Als ob ich das verwerfen will. Mann, Mann, Mann. Verschwörungsfoto gibt 50 Erfahrungspunkte. Okay, jetzt komme ich wahrscheinlich aber wieder in diese Mitte, oder nicht? Nein, immer noch nicht. Ach so, wieder so ein... Ja. Bevor ich beim nächsten Mal wieder nicht weiß, was ich machen soll, mal lieber wieder so einen Schalter betätigen. Okay, wahrscheinlich wieder auf Zeit. Und diesmal muss ich da durch. Okay. Oben drüber komme ich auch nicht. Ja, gehen wir wieder zu bitte. So, okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Bam. Hier durch. Äh, dann nicht dahin, sondern dahin. Und dann... dahin, denn ich bin erstmal dieses Auskopf. Und, was ist das? Schönes? Nix. Oh, ich hab gedacht, es hat so gefunkelt und keine Ahnung. Ich muss schneller sein. Nein, ich wollte doch gerade schneller sein. Ach, komm, ey. Dumme Steuerung, ich glaube, es hackt. So, könnten Sie bitte dahin. Dankeschön, mein Freund. Und jetzt. C, C, C. Dankeschön. Sprung für Auskopfrobotern. Sprung für Bewohner. Das kommt Container suchen. Also, T, es ist nicht, wenn ich ein Foto machen würde. Nö, das juckt keinen mehr. Okay. Oder, ach, das ist doch der Roboter. Ja, ich schlimme Sache. Alles klar. Er ist genau vor meinen Augen und ich sehe den nicht. Ja, ich hab gedacht, ich soll wieder vom Logo irgendwas machen. Neu E-Mail, okay. Von der Whitney bestimmt. Die Gude, ja. Ja, danke. Ey, ich hab deine letzten Fotos erhalten und sie sind perfekt. Danke, Spider-Man. Schick mir mehr. Ey, wie so ein Hund, ey. Du gibst dir was und dann melde immer mehr. So sind Frauen auch, verdammt. Ach, ey. In diesem Let's Play werden irgendwie meine antifeministischen Seiten aufgedeckt. Alle Mädchen, die das gerade sehen, ich entschuldige mich. Äh, das Spiel zwingt mich dazu. So. Ja, hallo. Ich meine, so wie es hier Frauen darstellt, ist es nicht gerade so positiv, ne? Ähm. Hm. Hallo. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Nein. Nein. Was, was, von was dort hier so? Spuren früherer Bewohner suchen. Okay. Gibt's hier nicht. Wird mir immer angezeigt. Finde ich auch gut gemacht. Also, dass es immer so ein bisschen Hilfestellung gibt. Ich kann euch mal nach links gucken. Ich wollte eigentlich in dieses Gitter reingucken. Oh, das habe ich auch. Oh, alter. Der spuckt mir mal gleich ins Gesicht. Das war unnötig. Was? Wie heißt das? Ach, das ist so ein starker Gegner. Das sieht nicht gut aus. Ja, mach doch. So, danke. Okay, diesmal keine Gegenschädte benutzt. Das war sehr unklug ein bisschen. Aber hey. Okay, ja. Ich such jetzt jeden Raum einzeln. Ähm. Und jetzt? Ach. Da hat wohl jemand einen erkennen? Ach. Ich hab's gewusst. Bam. Oh, das war nicht so geplant. Das hab ich nicht gewusst. Aber hey. Ach, ich bin da so ein Typ. Ne, ich geh zuerst auf den. So, und jetzt benutze ich das. Dankeschön. Bam. So. Ach, den können auch ausweichen. Das find ich gut. Okay. So. Was? Und dann bist du nämlich auch weg. So. Alles geregelt. Alles geregelt. Hier. Kein Ding. Und da? Waren wir grad drin? Oder? Kommen wir grad her? Ne. Hey, doch. Da hab ich was vergessen. Ich hab's doch gewusst, Mann. Ich such schon jeden Raum. Und dann find ich trotzdem nichts. Und dann erst, wenn ich vorbei bin, seh ich es wieder. Und dann muss ich wieder zurückgehen. Das ist ja dumm. Oh, ne. Oh, das ist auf der anderen. Wie komm ich denn da rein? Und das Ding ist jetzt zu. Hätte ich vielleicht irgendwann früher einsammeln können oder so. Ich weiß aber nicht. Naja. Dann bleibt ein Magazin halt für immer verloren. Nein, ich kann die ja wieder spielen. Also kein Ding. Kann ich der runter? Ich muss aus dem Schatten heraus angreifen. Ich bleibe über oder hinter ahnungslosen Gegner, um einen Tarnattacke auszuführen. Wo ist denn hier ein Gegner? Ist das ein Gegner? Nein, ist das ein, wie denn der Manns Pylonen-Ding. Ah, du hast einen Gegner. Na, Tarnattacke. Oh, fuck. Das weiß ich nicht. Ähm. Ich warte bis jetzt. Komm, nö. Die kommen nicht. Die haben mich schon wieder vergessen jetzt. Nein, haben sie nicht. Oh, fuck. Wie viele Gegner sind es denn? Äh, so. Paar. Zwei, drei oder so. Oder warum kann jetzt auf einmal nochmal neu? Das fände ich jetzt unfair. Ich wollte doch ausweichen. So. Und dem bitte auch. So, dankeschön. Sitz! Das ist nicht! Hör auf mich anzulächeln! So, dankeschön. Schlimm, ich komme zunächst hier immer. Weil es zu viele Gegner sind. Ich will den eigentlich ausschalten, aber nee. Oh, jetzt hat der mich auch entdeckt schon. Nein, hat der noch nicht. Okay, das ist gut. Dann, wo rauf? Wo ist denn der? Der war hier doch gerade. Hatte nicht gerade irgendeiner nach irgendwas gebuddelt? Da, der hier. Okay. Oh, die habe ich schon wieder nicht gesehen. Ich will zuerst... Und jetzt bitte. So. Noch jemand? Nein. Aber sich halt halber nochmal... ...en Schrank vermüßen. Bam! Okay, nein. Ich glaube, eine Tannenattacke bringt mehr... ...erfahrungspunkte... ...als ein normaler Angriff und so. Also, wenn ich kämpfen würde. So, okay. Hier kann ich doch bestimmt hoch. Und hier gibt es doch bestimmt dieses Comic, was ich gesehen habe. Ah, haha. Ich bin der King. So. Habe ich es doch gewusst. Okay. Es ist doch nicht verloren. Ähm. Möchte ich bitte nach unten? Dankeschön. Oh, Moment. Oh, ne. Ich habe gedacht, ich muss niesen. Aber musste ich jetzt doch nicht. Wenn ich das nächste Mal Ratten-DNA brauche, gehe ich in die Zoohandlung. Ist das von früheren Mitbewohnern? Ja, cool. Halt, das habe ich alles Fotos gemacht. Ja, Mann. Cool. Ja, Konzept-Grafik, frage ich halt. Cool. Echt, hier gab es so Bewohner einen. Haben wir gewohnt, in der Kanadisation wieder. Zum Glück schadet dieses Wasser mir nicht. Das ist ein Feind. Gut, dass dann immer ein... Zeit für den Ninja-Modus. Angezeigt wird, sowas zum... ...über den Gegner sein. Ich hoffe, das hat keiner bemerkt. Nein, hat es nicht. Hat auch keiner bemerkt. Ähm. Hier gibt es doch bestimmt noch Gegner. Ich habe es gewusst. Einer. Okay, bisher nur ein. Vielleicht kommen dann wieder welche 3, 2, die nicht angezeigt wurden, oder die ich nicht gesehen habe. Hat der mich bemerkt, oder nicht? Och, Mann. Der hat mich fast nicht bemerkt. Das wäre cool gewesen, aber der war es dann ja nicht. Ja, der wollte doch gerade... Warum kaut er mich überhaupt an, Mann? Ich wollte gerade diesen Signature-Move machen. Ach, so kann ich... Wow, das... ...wollte ich jetzt aber gerade auch nicht machen. Oh, Aua, Aua, ich bin tot. Okay, das bin ich jetzt zum ersten Mal gestorben. Cool, yeah, wow. Ich darf nie wieder so nachts spielen, ey. Das ist nicht gut für mich. Oh, mein Gott. Ich komme bei Rätsel nicht weiter. Ich verkackt bei Kämpfen. Das ist nicht so toll, wie gesagt. Die Fotos habe ich doch schon alle gemacht. Ja, okay. Ich muss aus dem Schatten heraus angreifen. Wo ist der Nächste? Da ist er doch. So, meine Fresse. Schon mal besser geregelt als letztes Mal. Okay. Okay, wie komme ich an dem vorbei? Ich weiß es noch nicht. Nein. Dahin. So. Och, das war jetzt aber auch wieder... Ich habe mich hindert. Aber ich wollte doch gerade. Oh, Junge. Ich hatte schon bessere Tage. Ey, könnt ihr mal aufhören? Bitte auf mich zu spucken die ganze Zeit. Ich mag die Gegner nicht. Ich mag die Gegner ganz und gar nicht. Erstmal hier weg. Und hoffen, dass ich das verpiss, aber ich glaube, dass... Oh doch, gut. Okay, immer schön zurückziehen. Und jetzt habe ich mich schon wieder vergessen. Okay, gut. Bei so einer dummen KI kann ich dann doch nicht so... Äh, le... Leicht... Äh, ich meine schlecht. Ne, doch nicht so leicht sterben doch so rum. Ey, maaaan, Junge. Komm doch. Können wir mal aufhören? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wenn ich ehrlich bin, was macht der denn, Junge? So treffen die mich nämlich nicht. Das ist voll die kluge... Taktik eigentlich. Und da ist sogar so ein Gegenstand, den ich eigentlich hätte benutzen können. Oh, und ich... Treffe den doch nicht mal. So, Alter, ey. Und schon habe ich wieder irgendwelche Kratzer und Schramm, ey. So schnell geht es. Okay, jetzt geht es aber wieder zum Glück, ey. Schlimm. Ich mag die Gegner nicht. Ach, scheiße. Quick, deinem Event ist einfach nicht. Mann, warum ist das überhaupt eine Ratte, Alter? Der hat einen Menschen mit einer Ratte gekreuzt. Beziehungsweise... ...ne Ratte mit einem Menschen. Oder so, keine Ahnung. Ah, sind die wieder irgendwelche Gegner? Nein, okay. Ne, ich bin jetzt immer voll vorsichtig, seitdem ich... Ey, wie kann man die doch ausweichen? Die spucken einen die ganze Zeit zu, ey. So wie die Echsen in Spider-Man 3, ey. Aber nur irgendwie viel nerviger. Ich habe die Echsen-Gegner damals auch nicht gemocht. Und ich mag sie jetzt sogar noch weniger als damals. Und ich hasste sie damals. Da bist du! So, jetzt gibt es Endfight. Ich wollte nichts stören, aber ich bin gerade nebenan eingezogen und wollte fragen, ob ich mir eine Blutprobe leiden kann. Oder auch nicht, ja. Ach, du Scheiße. Okay, doch. Das ist nicht die Nachbarschaftshilfe, auf die ich gehofft hatte. So. Kämpfe gegen die Ratten-Atenkreuzung. Das war ich doch gerne. Ach, ich muss die ganze Zeit ausweichen, okay. Wo ist der hin? Ach, da ist er hin. Wo? Alter, der tarnt sich voll. Der hat voll die Dummehaut. Ach, wir springen uns gegenseitig an. Treffen uns nicht, doch. Komm raus, komm. Raus, ich finde dich! Okay, ist er hier jetzt? Ja. Okay, gut. Schnell weg dann immer mit... Ey, das ist jetzt meine Taktik gegen den. Ja, toll. Das schadet mir ja. Das ist ja unfair, ey. Der will mich jetzt bestimmt wieder anspringen oder so. Aber kriegt er nicht hin. Wo ist der jetzt? Ich meine, der soll mal aufhören. Da ist er. So. Okay. Das ist irgendwie auch vom Batman geklaut, aber ich will ja nichts sagen. Dieses mehrfache Ausweichen. Oh, schnell weg. So. Und jetzt geht's auf den Sack. Bam, bam. Oh, 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 weg hier. So, eigentlich, ich glaube, ich muss immer Q drücken, anstatt einfach so mit E anzuhalten und dann irgendwie weg. Aber das andere ist viel cooler. Wenn es dir nichts ausmacht, ich müsste mir jetzt wirklich etwas Blut leihen. Hast du was gehört, Stinky? Oh, Mann. Toll, jetzt kommt dieses Roboter, ey. Und versauen mir alles. Toll, toll gemacht. Wow. Wow, 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 wow. Ich muss erst irgendein Kraftfeld deaktivieren, okay. Okay, die Roboter Entwickelt sich anscheinend auch weiter So, erstmal von neben das Kraftfeld Ich hoffe, die aktivieren sich nicht nochmal weiter Wieder Also, das reaktiviert sich nicht, das Kraftfeld Wenn ja, wäre das nicht so cool Doch, es reaktiviert sich, okay So, war dann so eben Oh, oh, fuck Die können auch schießen jetzt Das ist auch nicht sehr gut Aber hey Passt schon, so Okay, ja, die halten ja eh nicht so viel aus Und deswegen Wären die sonst leichte Gegner gewesen Und ach, so, immer wenn ich so Roboter zerstöre, kriege ich auch Technik, halt Das macht Sinn So, ich wollte doch gerade was ansehen Da muss ich doch eh durchbestimmen Ja, denke ich mal Aber bevor wir hier rausgehen, oder? Was passiert, wenn wir hier rausgehen Dann ist sie bestimmt vorbei, oder nicht? Ja, ist es auch Auf der Suche nach der DNA-Probe fand Spidey das ungezieht, weil das Gwen gewissen hat Das Treffen wurde jedoch von Smiles-Robotern unterbrochen Wird Spidey die Ratte erwischen, bevor es ihn erwischt? Dam, dam, dam Und diesmal ist da recht, irgendwie dieses Plus Eins Da hat ja jemand Plus Eins geschrieben und ist jetzt irgendwie nicht mehr da Haha, ich bin voll der coole Aufmerksamkeitstyp Ach, scheiße, macht sich statt Das sieht ja irgendwie nicht aus wie eine Ratte Und Mensch, sondern irgendwie anders Aber ich weiß nicht Und bevor es hier jetzt aber weitergeht, mache ich mal wieder einen Schnitt Und bis zum nächsten Mal dann Bäm 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 Bäm